Krokki und die Rokodile Ein spannendes Abenteuer ums Musikmachen von Gerhard Lang Unsere Geschichte beginnt in einer gewittrigen Nacht am Nil. Wieso am Nil und nicht etwa an Rhein, Saar oder Mosel, werdet ihr euch vielleicht fragen? Der Grund ist ganz einfach. Dort gibt es keine Krokodile. Denn Krokki, ein junges Nilkrokodilmännchen, die Hauptfigur unseres Abenteuers, lebt genau dort. Untertitelung des ZDF, 2020